Nach einer heiteren Schneeweißschlacht im Kristallgletscher geht's hier weiter bei Spywo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich gehe einfach direkt gleich hierin, ne? Weee! Und zwar in Wat? Oh, okay, in die Einöde, Skellos Einöde. Klingt so, als würde jetzt von Frost nach extrem trocken werden. Eis ist Kälte gegen brütende Hitze oder wat? Mal schauen. Erstmal Frame-Drop-Einbrüche. Hilfe! So, 100% Leute, wir streben sie an. Mal gucken, was jetzt hier wieder abgeht. Skellos. Was sind denn da für Bewohner, bitte? Bitte nicht irgendeine komischen Deppen, die nur wieder irgendwie die Scheiße bauen und sich eigentlich immer selber in Gefahr bringen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Okay, wer ist, okay, das sind jetzt die Guten? Okay, oh, hab ich hier. Oh. Er ist bei mir guckt. Okay, hier. Stürb, du Vieh. Und daneben. Hey, Drache, du sollst ja ziemlich stark sein. Ich hab mir beim Cousin Glück gewettet, dass du es nicht durch die Einhüte schaffst, ohne angesenkt zu werden. Jawohl, da ist einfach Gronkh. Das gibt's ja wohl nicht. Gronkh, was? Lacht er so gut? Was machst du denn hier? Wieso? Da war Gronkh? Gibt's ja wohl nicht. Hier. Äh, so. Na, Gronkh, da freust du dich. Ja, hast mich gerettet. Okay, gut. Ja, wo sind denn wieder, ne? Es gab schon keine Drachen namens Marcel. Also, Gronkh ist hier und so was. Ihr wisst aber hier. Hoffentlich, es gibt keine Bewohner mit Marcel hier. Dann bin ich wieder noch trauriger als vorher. So, warte mal, gab's hier jetzt irgendwie, weil ich hab grad einen Kaktus zerstört. Gibt's hier einen Fähigkeitspunkt für Kaktusse? Warte mal, Flederkatzenquartett. Okay, Skellos ein. Warte mal, doch, alle Kakteen. Ja, wo man jetzt auch Kaktusse sagen kann, ne? Nicht vergessen. So, äh, alle Kakteen platt machen und Flederkatzenquartett. Okay, was heißt denn jetzt? Ich hab doch schon, ich hab ja schon eine gekillt, ne? Äh, also, äh, hier. Die zweite Platt machen, oder? Oder? Was sind denn jetzt hier? Wollt man geboxt? So, das, äh, ist doch kein Quartett. Na gut, egal. Wir werden schon checken irgendwie. Okay, was meinet ich jetzt gegen den? Ich glaube auch nicht, dass ich da Feuer machen muss, oder? Aua. Nee, okay, der wird um ihr rannt. Gut. Yay. Noch ein Kaktus. Kakteen und Kaktusse. Man kann jetzt beides sagen. Oder darf man eigentlich nur eins sagen? Ich weiß es nicht. Aua. Was zum... Wer hat hier eine Schallwelle gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen. Die Katze da oben? Alter, da oben. Oder ist es da oben, das Quartett? Schießen die mich echt ab? Hey, sind doch feige, sind die. Ich wüsste, wo ich Munition herkriege. Aber erst mal... Ja, oder? Das war der da. Wow. Übersprung und boom. Geil. Ohne Echse. Musst du ja mal snacken. Okay, oder vielleicht muss ich irgendwie... Was heißt denn das mit dem Quartett da? Vielleicht vier hintereinander platt machen oder was? So, danke für den Safe. So. Da ist eine Brücke. Die dann irgendwie da hinführt. Okay, warte. Hier halt noch ein paar Edelstein übersehen. Zack. Fünf Stück. Okay, warte mal. Hier kann ich aber hoch. Hui. Hui. Oh, okay. Da muss ich wieder... Oh. Muss ich wieder irgendwie eine Fähigkeit oder sowas benutzen, damit ich das Ding kaputt machen kann. Hups. Jups. So, okay. Was hast du denn für eine Quest? Der hat zwei Quests. Spyro. Unser Dorf wird von Lava-Echsen überrannt. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine kleinen Freunde fressen? Ich lasse die Brücke runter, damit du dort hinkommst. Okay. So, überquere die Brücke, rette die Dorfbewohner. Keine Schwierigkeit oder was? So, danke mal. Hui. Was ist hier los, Mann? Ja, tschüss, Mann. Bevor sie meine kleinen Freunde essen. Komm raus. Oh. Ach, hier, die kommen unterschiedlich raus. Ist ja auch geil. Aua. So, wo ist der nächste, der hier rauskommt? Halt. Du. Tschüss. Okay, yeah. Voll ein übersehen. Mann. Boah, voll tot. Nochmal. Okay, jetzt kommt der hier. Zack. Dann kam der hier. Zack. So, dann ist jetzt hier oben einer gekommen. Richtig fies. Und der da. Genau, gucken. Vom wo jetzt hier einer rauskommt. Da hinten. Du Arsch. So, du bist tot. Du bist tot. Nein. Nein. Da. Nein. So. Und der letzte. Ich weiß, was der... Mann. Spyworm. Spyworm. Mann, du Sack. Boah. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende Ding als Hilfe für deine Reise. Danke. So, du hast ja noch eine Quest jetzt. Die meinten ich auch noch gleich, ne? Oh, oh. Da kommen noch mehr Echsenäuer von oben. Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Ja. Richtig, du Bewohner. Nochmal. Oh, da kommen noch mehr Eier. Einfach wieder alle hingestellt. Toll. Okay, also erstmal gucken, in welcher Reihenfolge die hier wirklich rauskommen. So, der als Erste. Sehr schön. So, dann hier der. Oh Gott, okay, die sind jetzt einfach schneller. Das ist nicht so nett. So. Oh, ist ja fies, ey. So, wo sind die jetzt? Wo sind die anderen da? Ist einer? Nein. Oh Mann, den habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann. Den habe ich gar nicht gesehen. Voll fies. So. So. So, okay. Man muss echt aufpassen. Von wo die hier alle kommen, ey. Ah! Ah! Entschuldigung. Instant kill. Vorbei. So, nochmal. Wird restored. Ah, holt mir gleich die beiden Dinger. Ist doch geil. Kannst du meine kleinen Freunde retten? Die sind ja schon klein. Aber wo ist denn Gronkh? Ich will nochmal zurück zu Gronkh. So. Oh, was zum... Oh, oh, da kommen noch mehr Eier. Bist du gerade gestorben, Spyro? Ist ja richtig peinlich. Ey, was zum... Okay, ich glaube, auch ein paar Drachen haben halt auch nicht so einen langen Weg. Tatsächlich zu ihrem Opfer, sage ich jetzt mal. So, jetzt kommen ja die hier raus, ne. Nach der da. Der da. So, und jetzt. Da hinten. Ich glaube, das ist, glaube ich, noch ein anderer ausgebrochen hier. Wartet mal. So. Okay, wo ist der letzte? Perfekt. Vielen Dank für die erneute Hilfe, Spyro. Das verdient noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht benutzen. Ich wollte das Nachtlicht benutzen. Aber dein Stab leuchtet doch schon so schön. Cool. So. Okay. Wie viel gibt es hier? Hier gibt es wieder drei. Sehr gut. Alter, wir haben noch richtig wenig Kristalle erst. So, soll ich mich hier nochmal umgucken? So, was ist jetzt eigentlich... Weil ich jetzt gestorben bin, zählt das jetzt, dass ich nochmal alle Kaktusse verbrennen muss? Das ist natürlich auch wieder so eine Frage, ne? Äh. Na, bestimmt. Den, den, den. Guck mal hier, ey. Wo sind wir denn? Soll ich von hier aus irgendwie irgendwo hinfliegen? Nee. Okay, ich werde nochmal ganz schnell gucken. Wegen den Kakteen. Ob ich die nochmal machen muss? Wuhu. Ja, aber die Typen muss ich nochmal besiegen. Was soll das denn? Wieso muss ich die jetzt nochmal besiegen? Gronkh, was soll denn? Hä, und den auch nochmal besiegen? Warum? Dschl. Hm, 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 hm. Also, cheat ich mir doch voll noch mehr Punkte, die ich eigentlich gar nicht haben dürfte, oder was? So, der hier bleibt besiegt. Ach so. Ja, ist ja gut, Gronkh. Gronkh, Mensch. Hast du bestimmt bald nicht gespeichert, Bohe, ne? Bestimmt deswegen. So, weil das jetzt ja nicht mit den Viechern da oben. Ich kann euch da abballern. Ach so, warte mal, nee, ich habe ja so einen Zielmodus, ne? Wartet mal. Ich habe ja auch so einen Zielmodus. Dudududududududududududududududududududududududududududu. Uiih, er hat richtig abgeschossen. So, der fehlt jetzt noch, an sich hat noch eine Katze. Und dann haben wir das Quartett erledigt, ne? Was macht der denn da oben? Der Gruschenknochenheini. Was macht der da, den Ballack abwarten? Lass uns mal kurz speichern. äh, zack, bevor ich hier weitergehe mhm so, Munition, ich brauche Munition, wo ist die, da jups so oder ist die nur zum Deku-Jonglieren da oben, ne feier oh, habe ich in die Frasse geschossen öh, öh eins von acht jetzt habe ich hier Knochen okay, da wird schon einer kommen und uns hier sagen, was abgeht, ne so, oh, Katzenquartett wie die gucken, ey richtig sauer, irgendwie so, okay jetzt habe ich halt vier Katzen zerstört, gibt das einen Fähigkeitspunkt oder was meinen die mit Quartett die verarschen einen, du aua, oh nein oh Gott so, ich mach schnell wieder ein Knochen her zweiter Knochen und dann ist hier irgendwo halt was anderes so, die Kakteen hier wegballern mhm, mhm haltet ihr, ernst, versteckt hier immer so, alter, fast übersehen so ein ollen Juwel okay, gut okay, die Kakteen hier wachsen mal wieder nach okay, also sind die, glaube ich, nicht gemeint mann boah mhm, mhm, mhm die können nicht gemeint sein die, 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 die okay, hier haben wir das Power-Up dieses Levels wow mhm, mhm, mhm aber natürlich muss ich nur ein paar mehr besiegen, ja, ist ja klar so, oh, wo haben wir denn da hin? äh, bubs aha d-d-d d-d-d, bubs ja mhm, mhm da, oh mhm, jung her mit dem Knochen und mit den Juwelen d-d-d-d was macht ihr denn da unten, sag mal öppisch rein renn ihn um Spy, wow renn ihn um ey, der wäre jetzt gestorben ne, ich wäre so sauer oh, oh, was wenn die sterben, explodieren die noch mal ist ja fies Mann mhm, mhm okay toll ja, nicht ihr merkt dass die nochmal irgendwie nur Not-Explosion ablassen fiese Tricks, ey richtig fiese Tricks mhm, mhm bam, ba-da-bam so, ich war aber hier schon im Maul drin ey ja, okay, ich hab drei Knochen gut so, die Katze lebt leider noch so, zerburnt Kaktus zerburnt muss ich nochmal hin da whoops hups so d-d-d okay, ein Juwel hier eingesammelt gut hups weiter geht's wow mhm, mhm wow ups so Vorsicht explodieren brrsch so wir sind tot müssen wir mal schnell hier kurz reingucken öh okay, soll ich hier denn ist jetzt wieder ein Flugpower up denn dass ich einfach rumfliehen kann, wie ich will so ich muss nochmal kurz gucken nach oben ob ich nicht doch den Typen da mit den Knochen von dem jetzt schon habe bam, ba-da-ba na, sieht so aus sieht gut aus so, was wären wir die Knochen noch gar keinen irgendwie, äh, Abnehmer gefunden so zack oh, was ist denn hier jetzt los okay, sind noch mehr Knochen die ich, äh keine Ahnung wow bäm so okay, die Katze komm her kui ja, was ist denn das mit dem, mit dem, mit dem mit der Quest hier von dem Katzenquartett ich, ich, ich check hier kaktus down mhm, mhm wow ach, guck oh, ist das hier, warte mal ist das hier so ein Schutschel? der Weg ist unbesiegbar äh jo, bin ich geil jetzt kann voll in Lava rein das ist doch cool bam, ba-da-da-da-da-da-da das ist doch schön ein Geheimgang hier gefunden, ey übel wow so, Knochen mitgenommen alles klar Hälfte der Knochen haben wir bum, 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 bum ah mhm, mhm ist auch ein cooles Level so, ich hoffe, ich kann hier einfach lang gehen ohne dass ich nochmal die Power brauche und dann gehe ich einfach wieder zurück hoffe ich hübs dim, 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 dim hübs wow aua aua hübs so zack, Juwelen zack, zack wo ist der Knochen? ah, da kaps mhm, mhm, mhm fünf Knochen wow yeah, wuh aua er hat nicht seinen Gleitmove gemacht den er eigentlich immer macht wenn ich X drücke vielleicht war ich zu tief am Boden dass er das einfach abgebrochen hat ist klar ist hier noch irgendwo ein Kristall? nee Sparks sagt no mhm muss ich aber irgendwie hier wieder runter? danke ist irgendwo eine Echse zum zum holen? ich hab's dim, 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 dim erst mal speichern so und dann den Typen hier einfach so abballern vielleicht fällt der Knochen ja hier runter äh muss der Knochen hin ok, der liegt da oben drauf gut bam, ba, da, bam dim, 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 dim mhm wuh nja ich bin so traurig die blöden Lava-Kröten haben die Knochen meines Freundes gestohlen hilf mir ihn zusammenzusetzen dann ist er wieder lustiger alles klar ist er wieder lustiger hol die Knochen von den Lava-Typen wieder ok, mach ich so hier ist ja schon ein Ziel, wa? so ist hier schon halt geschaffen? da muss ich echt die Knochen erst Spitzel du hast es durch die Einöde geschafft ich wusste es es war dumm von Gronkh gegen einen Drachen zu wetten nimm diesen Talisman als Dankeschön es war dumm von Gronkh, Leute habt ihr gehört? yeah der Knochen so jetzt kann man natürlich wieder abhauen aber jetzt erstmal noch nicht, ne? oh, was? Fragezeichen? ok was soll das denn? jetzt muss ich hier irgendwie so ganz komisch die Dinger jetzt suchen ok, verstehe Bams wow aua wo geht's hier denn noch hin? hier geht's überall noch irgendwo hin hier sind überall noch Kristalle und alles ah, ok ist das hier das Katzenquartett? weil es hier vier Stück sind? ich weiß nicht könnte das sein, oder? aua mh mh Selbst hier irgendwo ein Feuerball zum Snacken? Ja. Ich glaube, das ist echt das Katzenquartett. Die ich jetzt hier irgendwie einfach das Ding einfach abballern kann. Und hier habe ich dann das Ding für das andere Teil da. Alles klar. Yeah! Fähigkeitsmutter halten. Das war das Katzenquartett. Voll dumm eigentlich. Aber okay. So, dann noch das Ding da aufbrechen. Einfach mit Rohrgefahren. Oh, eins für die Crystals. Ich hoffe, das bleibt erstmal. Das muss erstmal bleiben. Ich muss ja hier noch überall hin. Den Knochen holen. Oh Gott, bitte fall nicht runter. Nein. Oh shit. Okay, warte mal. Katze. Mann, die olle Katze. Nein. Max, by the way. Richtig dumm runtergefallen. So, ich... voll runtergerutscht. Leute, warum rutscht? Denn Spyro bringt jedem Scheiß immer irgendwo so... Ganz dumm, so... Magnet-mäßig. Wenn ich mich ganz bisschen nur bewege, denn... Hupsi! Aber gut, die Fähigkeitsbrunde kann uns keiner mehr nehmen. Die Edelsteine ja auch nicht. Ich glaube, ich muss nochmal die Rakete abfeuern, ne? Und halt die ganzen Knochen nochmal sammeln. Ah ne, guck, hier hat sie das letzte Mal gespeichert. Okay, puh. Puh, puh. So, okay. Ich muss das aber nochmal machen. Hups. Den, 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 den. Keine Ahnung, was das ist. Also, wo das ist, weiß ich ja, ne? Wartet mal, dann kann ich jetzt erstmal gleich nochmal hingehen. Den, den. Das war da oben. Wow. So, also Schutzschild einsammeln und let's go. Und dann gab es dann noch so ein anderes Feld, wo ich auch nochmal so einen Power-Up mal habe. Da finde ich dann bestimmt einfach die letzten Dinger. So, jetzt haben wir das hier. Und das andere ist jetzt... Ähm... Okay, das ist... Das müsste eigentlich irgendwo auf dem Weg einfach sein, oder? Den, den. Schnell, Leute, schnell. Aua. Also jetzt nicht hier, sondern ich glaube einfach auf dem Rückweg. Hat der den Knochen da nicht gespeichert? Ne, okay. Hab ich auch gar nicht eingesammelt. Stimmt, ja. Den, den. So. Müsste jetzt nicht dieser Top jetzt einfach hier stehen? Ja. Perfekt. Boom. M-m. Und jetzt halt da. Okay, gut. Hätte ich eigentlich verbinden können mit der Katze da. Weil der jetzt wieder natürlich nicht kaputt ist, das Ding da. Mann. Ja, okay. Einfach nur die Belohnung angecashed. Sehr schön. Da komme ich nicht irgendwie... Natürlich nicht. Da komme ich nicht hoch. Gut, also nochmal extra Runde drehen. Wow. Oh, nee. Geh jetzt mal hier lang, ne? Oh, nochmal wieder Schutzschild. Okay. Geh jetzt auch nur für den Knochen. Zack. Fehlen noch zwei Knüchlein. So. Ein bisschen Money noch. Sonst ist hier nischt. Okay. Ja, wie cool Spyro jetzt aussieht. Eigentlich richtig... Richtig ultra krass. So. Stellen wir Abkürzung. Oh, hier ist ein Leben. Cool. Bam, 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 wieder. Mann, Spyro, Alter. Habt ihr gesehen? Richtig problematisch gerade das Zielen irgendwie. Mann. Okay. Erstmal halt nochmal das... Die Rakete abfeuern. Nochmal ganz schnell. So, hier das Quartett haben wir doch schon. Warte, ich gucke mal nochmal lieber. Habe ich das Quartett wirklich? Das, äh, ja. Viel, äh, Feldkatzenquartett. So. Ich muss auch noch alle Kakteen zappen. Oh, nein. Habe ich jetzt irgendwo... Hier steht noch eine. Hm, 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 hm. So, die Musik auch nochmal alle. Genauer gucken denn, ne? So. Halt nochmal rückwirkend alle nochmal einsammeln. Kann auch passieren. Oh, guck mal. Zwei wo, ey. Die haben wir so ernst. Knapp immer so. Hm, nö. Ich falle es auch runter. Ich bin halt dran gewöhnt. So. Okay, da soll ich aber keine Kaktee mehr übersehen haben. Kein Kaktus. So, na gut. Nochmal zurück. Nochmal speichern. So, habe ich hier jetzt? Ist hier nochmal irgendwas jetzt hier? Der Kaktus nochmal da? Ne. Ist alles normal. Gegner bleiben zum Glück besiegt. Halt da oben? Ist da oben Kaktus? Halt ihr gerade richtig gesehen? Nein. Nix Kaktus. Wir sind halt gleich durch hier. Aber ich hab... Da hinten ist noch einer. Also vielleicht habe ich das Achievement jetzt schon gleich. Wenn ich den hier wegballer. Ja. Fähigkeitspunkte erhalten. Sehr gut. Machen wir schon mal einiges hier gleich auf Anhieb mit. So, das Geilste. So. Test down, Alter. Okay, du bist da der letzte Typ, Mann. So. Ne, der vorletzte. Verdammt, wo war das noch? Wo fehlt denn jetzt noch einer? Ach ja, der war ja da oben drauf. Stimmt, der erwartet. Hups. Woo. So. Zack. Äh. So sind wir da rüberfliegen, oder? Also hier so lang. Äh. Äh. Ja, da ist er. Uff. So. Perfekt. Danke, Spyro. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Nimm dies als Zeichen meines Danks. Eine Fee hat es mir vor einer Weile gegeben. Ach so. Es ging um deinen Freund. Der wieder zusammensetzen will. Unheimlich. Einfach unheimlich. So. Ah. Oh mein Gott. Was zum. Geile Moves hat er da drauf, muss man ja sagen. So. Es fehlen halt noch. Es fehlen noch so viele Juwelen. Wo sind denn die? Was zur Hölle? Wo sollen die sein? Sparks, wo? Da sind sie. Was? Wo? Ich muss das ja noch machen, bevor der Level zu Ende geht. Jo. Bevor der Part wendet wird. Muss ich nochmal ein bisschen? Aua. Ein bisschen leiden. Äh. Ah. Da drin sind sie. Okay. Zack. Hopp ich mal. Wird immer noch so wenig aussieht, ne? Wie komm ich denn jetzt da hoch? Hä? Verarschen? Okay, warte. Bam, bam, ich muss von höher. Ich muss von weit oben da runter gleiten, oder was? Weee. Oder auch überhaupt? Nö. Ne, das wohl... Hä? Wahnsinn, die sind jetzt schon wieder. Da geht's doch gar nicht rein. Wow. Ist sie da irgendwie... Okay, ihr habt irgendwo einen Zehner herbekommen. Okay. Das ist natürlich die Frage. Ist das da oben jetzt ein Fuffi, oder was? Ne, ist das da oben jetzt ein Fünfer? Dann fehlen ja trotzdem immer noch so viele. Dann fehlen noch 20. Okay, äh... Von wo soll ich da jetzt runterfliegen? Um das zu bekommen? Das ist jetzt hier die Frage von hier. Höh! Nyo. Ui. Ne, wie man sieht, schafft Spyro das nicht. Weil Spyro so einlappen ist. Nyo. Und er nischt kann. Oh, Skelett, ey. Aber gut, wir haben die Fähigkeitspunkte. Wir haben ja sicher alles. Wir sind einfach nur total cool. Vielleicht muss ich von da aus rein. Das ist jetzt natürlich mit dem Knochen. Dass das meine Position gleich geändert hat. Und dann vielleicht hätte ich da noch weitergehen müssen. Warte mal. Bam, bam, bam. Jups. So. Ne, dann hier rauf. Hups. Dann einmal hier ganz crazy rumgleiten. Wow. Hier. Und dann habe ich ja hier eine Konnicher... Alles klar. So, oh Gott. Jetzt wird es natürlich... Waaah. Ja, das war ein 25er. Alles voll gesammelt. 100% des Levels abgeschlossen. So, dann schnell raus hier, Leute. Raus hier, Mann. Tschüss, der einzelne Skelett. Gruselig. Überhaupt nicht gruseliges Skelett. 200% und alle Fertigkeitspunkte haben wir auch noch. Sei jetzt auf Seite 2 noch 1. Ne. Okay, gut. So. Tschüss, Mann. E-Krau ab. Und kann den Partner schön nach der Endsequenz hier schön beenden. Ach so ist Gronkh also berühmt geworden. Habt ihr gesehen? Das war so ein bisschen die Vollstichte von Gronkhs Vorfahren oder was. Dass er da die Kamera entdeckt und hat dann Amateurvideos gemacht. Geil. Sehr geil. Okay. Wir haben jetzt 1996 Schädelsteine. Und ich würde sagen, ja, am nächsten Part ja machen wir weiter gleich mit dem nächsten Level, ne? Mal gucken. Und wieder schön 100%. Ah, geil. Schön, dass das jetzt klappt. Es wirkt ja echt so, als ob das Klettern die letzte wirklich benötigte Fähigkeit war. Und ansonsten muss man vielleicht noch Geld ausgeben, halt damit der Geldsack die Level irgendwie vergrößert und so Brücken baut und so, ne? Aber gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.